weiter geht's mit einem gepflegten let's play steel rising wir müssen zum observatorium kommt was zeigt uns schon an ist direkt davor aber wir müssen noch gegner weg platzen kann mich ja durch schick dann noch ein bisschen essenz naja ne fiole also die fiolen die benutze ich ja eigentlich überhaupt nicht ich kann das alles verkaufen und mich aufleveln so ein typ dass eine eier nachher schleifen jaja coole sache die 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 What the fuck? Das ist schon pervers, Alter. Wenn du denn so eine Nutte hast, Alter, die dir von hinten auf den Sack geht, Alter. Boah, das schmeckt schon. Hey! Schön, dass du da gegen die Munde bist, Alter. Ist da wohl Karten ein bisschen verpackt, oder? Was? Die ändern jetzt Moves, Alter. So, das Leben gehen. So, das ist eine leckere Kiste hier. Ja, und wenn du drei Spitz... Ja. Dann gut. Gibt mir ein bisschen mehr Balance. Aber halt wieder mehr Rüstung, das brauche ich. Das müssen wir leider so anziehen. Wo sind meine Kombas? Okay. Okay, let's go. Oh, come on. Okay. Das ist für dich. Ich bin nicht mehr Rüstung. Das ist für dich. Ich bin nicht mehr Rüstung. Ich bin nicht mehr Rüstung. Ich bin nicht mehr Rüstung. Oh, die tanken schon ein bisschen mehr jetzt, obwohl ich schön nachgezogen habe. Oh, Stuttgart ist ein großer Boss, Alter. Für mich bist du schon, Alter. Hui, der Shepard aber sprengt. Sprenggranate? Der Shepard bei dem Kollege. Den hab ich schon gar nicht gesehen. Komm mal rein jetzt hier. What? Du bist immun, du Rattena. Komm mal her jetzt hier. Digga, da verpasst du mir so eine harte Schelle mit dem Ding. Komm, Scheißtoch. Komm mal runter jetzt hier. Komm mal runter. 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 das ist ein etwas anderer boy oder? na man, das sieht anders aus bist du wohl gegen alles geimpft hier oder was? das ist der scheiße, ich vergeurte hier mein ganzes, äh, wie eine Tagelumpe so mein Hoh hier, Alter oh, voilà geil man, 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 man eine Frostgranate kostet 300 der ganze Schmutz kostet 300 das ist doch viel zu viel schau mal auf aber die brauch ich halt das ist wichtig geht ja nix über ein bisschen leben jetzt darfst du die ganzen Ficker hier wieder hier blätten oder das? ja, wir gehen mal durch, oder? oh, was ist denn da? ich habe mich einfließt da kommt viel zu selten dazu, diese schweren Angriffe zu machen, das kotzt mich an, ich bin ein Tank und Kind der Matchdealer hier, Alter ähm, Kitsch mal bitte nis so rum da ja geht 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 Das war's für heute. Du gehst ne richtig krass auf den Sack, weißt du das? Das war's für heute. 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 Ich hab' schon keine Bomben nahe. Was ist dann? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da fehlt aber irgendwann mal der Alarm dazu, den auszureichen und den so rumhandeln. Das geht doch bloß auf die Nisse. Was soll das in der Pissballer haben? Ich reife mich an, wenn ich hier am Menü bin. Ja. 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 Okay. Komm, was? Hey, wow, wow, hey, was bist'n du? Du kommst ja voll außen nicht und beschützt nur die Kiste, du Ratte oder was? Du schießt ja Schneebälle oder was? Scheiße, kalt. Nix zum Werfen? Sähe? Genau. So Meise ist die Chefe. So Meise ist die, das zu machen. So, dann muss ich noch nicht aufhören, das so was ich. Wenn du es nicht so anfängst, wer das müssen. Was sagen sie? So, dann sind wir, oder? Hallo! Schiss aufgesammelt? Ja. Fliegt hier noch was? Oh, eh mal ein Cent. Das haben wir schon fast 3.000 Cent. Hier, ich will den Kletterhaken haben. Was soll denn die Scheiße? Sagt mir das ja scheiß, kommt was. Okay, wir müssen da drüber. Hier liegt ein Brief.... Nööö, Videos ist quälen. Soööö. Die Bühnen auf den Drachen! Fliecht, Monsieur! Fliecht! Sie're destroying everything in der Pfad! Herr Klaas, bitte, versuche zu sagen, was du kann! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ja, kurzer Einblick was geschehen ist. Okay, der Bulli ist ein Noggleit. Ja, muss das sein, der engsten Raum mit dem Affe. Okay, der Bulli ist ein Noggleit. Okay, der Bulli ist ein Noggleit. Ich bin ein Noggleit. Oh nö, ein Noggleit. Das ist weird. Hallo. Oh nö. Da muss der noch mal freezen, Alter. Geh mir doch mal nerf die Eier, Alter. What the fuck, Alter. Wartet mal kurz. Es wäre ja besser, falls wir noch mal her müssen. Ne, ich kann das Tor öffnen. Okay. Immer schön alle Türen öffnen, weil ich denke, das wird einen Grund haben. Irgendwann mal kommt man gleich mal her. Gibt es ja noch was? Wo ist jetzt der Kompass? So. Okay, wir waren schon richtig. Jetzt kommt bestimmt gleich was dickes. Nein. Doch, hier kommt was dickes. Muss. Oh nein. Der aus dem Drailer, Alter. Nicht der aus dem Drailer, Alter. Nicht der aus dem Drailer, Alter. Nicht der aus dem Drail. Hallo! Hey! Weck mich doch mal am Arsch, Alter! Auf dem Brudi hier unten habe ich gerade gar keinen Bock. Kann ich den umgehen? Nee, oder? Wenn ich jetzt hier runterspringe, habe ich alles, dass ich sterbe. Kann ich es einfach mal probieren? Kann ich den fetten umgehen? Ich besiege den instabilen Automaten. Nein! Hör auf! Nein! Ich kriege mal wenigstens noch ein bisschen Lebenstrank oder sowas. Nein! Och, scheiße, Alter! Nee, du wälzt dich dort durch den scheiß Garten, Alter! Die ganzen Pissbirnen, das hat alles Zeit gekostet. Und jetzt darf Hette den Sterns... Fiole mit reinem Öl. Okay, jetzt habe ich zweimal Ölbirette und einmal langsames... Oh, fuck! Scheiße! Muss denn das sein? Wer ist denn jetzt? Digga, der hängt einfach das Spiel auf, Alter! Einfach im Menü hängengeblieben! Wow! Komm mal raus, Brudi! Oh, what? Komm mal raus! schön danke für den angriff du hatte alter hey was ist denn das das ist überhaupt gar nicht für kombis ausgelegt dieses drecks spiel digga ja du machst ja den übelsten stand das muss nicht Ja, ja, keiner wusste, wo er sagt hier. Was soll ich sagen, das geht noch. Das war dumm, das war dumm, oh mein Gott, das war richtig dumm. Nein, nein, Konzentration, komm. Junge. Junge. Ja. Ja. Ja, das ist das, was halt im Spiel so nervt, du skammelst die ganze Zeit rum, platzt aber internet Kunden weg, die übelst lange brauchen und spring nochmal hier hoch. Ach komm ey, das ist so dumm. Und dann hast du noch so einen Boss. Ja gut, haben wir jetzt den Endboss weggeknallt. Wie gesagt, ich mache ja immer ein bisschen den Checkpoints. Ich tue mal Westalin noch freischalten und dann sehen wir uns im nächsten Video meine Freunde. Also dann bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.